So und wie gesagt sind wir hier auch noch im Krieg. Herzlich willkommen in der nächsten Folge Brutal Legend. Wir sind mittendrin. Also hier geht es wirklich gerade richtig zur Sache. Wir sind hier direkt im Krieg. Müssen hier auch gleich Gas geben. Sind hier hinten am Einnehmen. Die Situation war so, dass wir hier waren am Einnehmen. Richtig, die kämpfen jetzt gerade noch dagegen. Und hier sind wir. Das ist los. Ab zum Licht. Das müsst ihr einnehmen. Los. Hallo. Stand erledigen. Stand erledigen war der Call. Ihr alten Noobs. Ihr alten Noobs. So dann gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite wie es da aussieht. Weil wir müssen den Merchandise Stand eigentlich auch einnehmen. Richtig. So haben wir. Zerstörung. Den nehmen wir schon mal ein. Oh scheiße. Jetzt sind sie Gegner. Oh fuck. Ich sterbe. Wie schnell man ab und an auch mal stirbt. Krass. Diese Folge fängt erstmal mit dem Tod an. Nein. GG. Wir wissen nicht wie wir leiden. Ziemlich gut. Komm schon. Zerstört sie alle. Zerstört sie alle. Was geht denn ab? Nehmen wir gerade auf. Röde Legend. Alter shit. Diese scheiß Autos erledigen mich schon wieder. Mein Kopf ist ab, alter. G to the fucking G, Leute. Einfach mal den Kopf ab. In dem Krieg. Einfach mal Kopf ab. Ich werde verrückt. Jetzt bin ich schon das zweite Mal gestorben. Gleich am Anfang dieser Folge. Ey. Was ist da los? Was ist los mit meinen Einheiten? Wie sieht's hier aus? Ah gut. Das kann ich wenigstens einnehmen. Und ich brauche auch. Wisst ihr eigentlich, wo bei den Dämonen das Herz sitzt? Oder zieht ihr einfach auf die Köpfe? Du rutschst, ey. So. Was habe ich eingenommen? Zum Verteidigen sind da auch ein paar. Zerstört alles. Zerstörung. Zerstört alles. Komm, habt ihr das gehört? Zerstört alles. Zerstört bitte für alle. Sorgen wir für ein wenig Spannung. Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. Boah, diese Autos sind übelst krass, ey. Sterbt schon wieder rein, ey. Was eigentlich nicht so schlimm ist, wenn man stirbt, aber trotzdem. Das ist mega krass. Das sind echt übelste Einheiten, Mann. Schon wieder ein Down, Alter. Heftig, Mann. Die gehen voll ab, alle. Seid ihr auch tot? ETF, was geht hier ab, Mann? Wie soll man diese scheiß Autos besiegen? Man kann also Solos einsetzen, um die eigenen Einheiten stärker zu machen, oder was? Du hast wirklich gern besondere Anliegen zu finden. Das wird ein Fist für dich. Wie soll so mein Kopf so aus? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie der Blitz. Dann machen sie es eben alleine. Wer findet ihr Schärfer? Rita oder Ophelia? Oh mein Gott. Das geht ja mal voll ab, ey. Ich hab nicht mal genug Zeit mit Einheiten zusammen. Oh Mann. Wer ist der erste? Hat er euch etwas versprochen? Vertraut ihm nicht. Lasst das Ophelia! Ich hab ne Trottel! Hey, lass Eddie in Ruhe! Ihr tutet mich nicht. Freust du dich bei deiner Mami aus? Mann, ey. Treff den Eimer! Das hier hat sie schon eingenommen? Verdammte Kacke, ey. Echt beeindruckend. Gar nichts passiert, ey. Komm, komm, komm. Drauf, rauf, rauf, rauf. Macht euch auf den Weg zum Leuchtfeuer. Alter, die haben einfach alles eingenommen. Mann, das ist der Hammer, ey. Bewegen! Los, komm, ich lasse dich mal waschen. Ballert den Brunnen! Klar, die Show ist da drüben. Ja, okay. Warum nicht? Los, rückwarten. Ja! Ich komm schon. Los, geht ins Licht! Okay, gut. Den anderen muss ich jetzt einnehmen. Alter, das ist ja... Das wird ja richtig anstrengend, dieses Spiel, ey. Okay, so. Nicht zack, dein verdammtes Maul! Verdammt, der Sch... Komm, wir rushen jetzt mal. Komm, wir rushen. Ne, wir brauchen Zerstörung. Wir müssen... Zerfetzt sind, ja, ja. Und der Schennes Schrei. Ja, genau. Ja,rich. Der Schuster ist ja nur davon. Du sch armst du,ै? Der Schuster ist ja auch so. Als ein passiert, Anchor! alles in etwa dieser richtung muss sterben macht keine gefangenheit warum schon die müssen wir erledigen der nervt übelst ab auf dem voll kaputt das ist das für ein reiter wir müssen den scheiß jetzt einnehmen los ist los ist los ist los fallert den brunnen im stück haben wir jetzt noch andere einheiten die wir erstellen können den können wir erstellen go go aus der hefe zerfetzt sie kommt haut sie alle um Nein, hauht sie um! Du scheiß Babywagen, Alter! Babywagen geh weg! Wer hat deine verkoppelten Babys woanders sein? Ach, was für ein Gefühl! Wie viel der einfach aushalt, Mann! Ganz für mich! Genau das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, wie viele Autos und Gegner hier die ganze Zeit kommen! Ist das denn wahr? Ist ja mal heftig, Alter! Oh, danke! Ist ja immer übelst krass! Zerstört alles! Zerstörung! Mach ich! Konzentriert sich auch immer genau darauf, wo ich grad bin, ey! Oh! Sie ist zu heiß! Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen! Oh! 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 Wenn dieses Scheiß-Ding mich die ganze Zeit abknallt, da bin ich eigentlich am Arsch! Ja, was passiert dann denn eigentlich, Alter? Ich sterbe die ganze Zeit rein! Oh! Ist das die Todesstrafe? Dass meine Leute irgendwie nicht erstellt werden? Da ist ein roter Kopf jetzt im Dings drin. Mein Kopf! Ich war einst wie ihr. Ich hoffe nur, ich habe mich zu dämlich ausgesehen. Lasst das Ophelia! Los! Geht ins Licht! Auf die Wache, ich will nicht. Nicht gut. Wir haben sie! Warum seid ihr doch nicht tot? Kacken, Mann! Ich habe die Kacken weg! Schon wieder kommt ein verficktes Auto angelatscht. Ich schaffe es nicht mehr in der Zeit, das Ding kaputt zu machen. Bis hier wieder tausend Truppen angelaufen kommen. Ich kann es nicht einnehmen, weil hier tausend Millionen Gegner. Einfach eine Million Gegner im Dings sind. Das Spiel fackt mich langsam ab. Da kommt man ja gar nicht vorwärts. Keine Ahnung, ey. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Der hat es in diesem Dings. Oh, was für ein Gefühl. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Wo sind meine verfickten Einheiten? Alter. Ich schicke doch hier die ganze Zeit irgendwelche Spastis hin. Was ist mit euch? Und die nimmt das schon wieder ein. Sie nimmt es einfach schon wieder ein. Willst du mich eigentlich verarschen? Langsam kotzt mich das an, Alter. Darauf habe ich keinen Bock. Das ist auch irgendwie eine andere Art Spiel geworden, als ich das spielen wollte. Muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Das macht mir gerade null Spaß. Das ist echt heftig, ey. Keine Ahnung. Gefällt mir überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich dieses Spiel nicht spielen, damit es zum Strategiespiel gehört. Muss ich ehrlich sagen, ey. Ja, ja, ja. Gut, geht ihr jetzt da hin. Mal gucken, ob das das geht. Ich verteile jetzt mal ein bisschen wieder die Truppen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe die Ratten weg. Was ist mit diesen scheiß Autos? Die machen einen voll nass die ganze Zeit. Die nehmen einfach locker so ein scheiß Ding ein. Mit einem verfickten Auto. Ich glaube, eure Show hat unterzeichnet. Das Ding macht meine Klinge schluss. Ich war einst wie ihr. Ich weiß nur, ich habe nicht den Fluss besuchen, wie du ihn übernimmst. Ich verstehe es nicht, Alter. Keine Ahnung, Mann. Naja, das ist von Leltsch. Was für ein anstrengender Kling. Naja, gut, Leute. Für mich war das jetzt die letzte Folge Brutal Legend. Muss ich ehrlich sagen, das Spiel macht mir keinen Spaß mehr. Und ich kann nichts die ganze Zeit spielen, was mir keinen Spaß macht, Alter. Scheiß auf dieses Spiel. Ich werde verrückt. Ich denke, im Ausgleich wird Assassin's Creed 4 kommen. Keine Ahnung, aber das macht mir keinen Spaß. Ich dreh am Rad. Alter Schwede, ey. Meine Güte. Also sowas, ey. Ich werde verrückt. Aber das Spiel, das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt hier diese Mission nicht schaffe. Es liegt einfach daran, dass die Spielart und Weise sich zu etwas entwickelt hat, was mir nicht so wirklich Spaß macht. Keine Ahnung. Also, ich dachte erst, es bleibt Darkside oder Darksiders, Darksides, Dark, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Style. Das heißt, ich selbst. Ich kann mich weiterentwickeln. Ich klatsche mich da durch und sowas. Ich klatsche dann auch Endbosse und so. Aber das hier ist eher so Strategie. Das ist einfach nicht das, was ich spielen wollte. Tut mir leid für die, die das jetzt feiern. Beziehungsweise immer noch diese Spielart und Weise. Aber mir macht das keinen Spaß mehr. Ich würde sagen, das war erstmal genug. Brutal Legend. Ja, ich würde sagen, freut euch auf die nächsten Let's Plays, die kommen. Da werde ich mir auf jeden Fall... Also, ich hätte nicht gedacht, dass Brutal Legend sich so entwickelt. Also, dass sich diese Spielart so verändert. Naja, ich würde sagen, haut da rein. Wir sehen uns im nächsten Video, was ihr euch anguckt oder im nächsten Stream. Bis demnächst und viel Spaß noch. Hm? Es ist nicht fertig. �